Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Rev of the Lich King Classic. Wir befinden uns Videoaufnahme 30. September. Ihr werdet das Video höchstwahrscheinlich hier am 4. Oktober sehen. Und ihr seht es sind quasi nur noch zwei IDs, weil hier kommt dann Phase 4 raus mit ICC als Raid. Und für Phase 4 wollen wir uns doch mal anschauen, welche Items für einen Todesritter DK-Tank sinnvoll sind, die ihr euch anschauen solltet in der Instanz. Dazu gehen wir wieder in unser Atlas Loot System rein. Ich habe hier schon mal Eiskrone Citadelle aufgerufen. Und wir gehen jetzt einfach jeden Items-Slot durch. Und ich sage euch, was der Biss-Item-Slot ist und was ihr gegebenenfalls als sonstiges Item noch einsacken könntet, solltet ihr noch schlechtere Items haben und es euch eine Verbesserung gibt, bevor das Biss-Item mal fällt. Ok. Wir starten mit dem Kopf. Ihr seht es hier, derzeit trage ich den Tier 9 Kopf aus PDOK. Und wir wollen in ICC im 25 Heroisch Modus natürlich, also die abgeschwächten Varianten NHC und so geben ja den gleichen Loot, nur etwas schwächer. Deswegen schauen wir uns die großen Sachen an. Wir wollen den Helm von Lady Todeswisper haben, der hier dargestellt ist. Der hat nämlich noch Hit mit drauf, Verteidigung und Ausweichwertung. Hier in ICC die Ausweichwertung in Ticken, ähm, ja, in Ticken wichtiger als die Parierwertung. Einfach aus dem Grund, da ihr den Malus habt, 20% Ausweichen weniger zu haben. Und deswegen müsst ihr hier zusehen, dass ihr mit der Ausweichwertung wieder nach oben kommt. Eine Alternative zu diesem Helm wäre der Helm vom Tier 10 Set, den ihr, ja, das war der DD Helm, den ihr hier habt. Der hat dann halt keine Trefferwertung mehr, aber mehr Ausweichen und Parieren. Das heißt, solltet ihr bei euren, ähm, bei eurem Equip genügend Trefferwertung schon haben. Dann könnt ihr auch auf diesen Helm hier umschwenken und könnt den hernehmen. Wir werden auch für, ähm, den Content in ICC den Vierer-Set-Bonus mitnehmen. Einfach, weil die Blutwandlung, ähm, dann nochmal als kleiner CD mit genutzt werden kann. Hier 12% Schadensverringerung in Verbindung mit Vampirblut ist das hier ziemlich gut, ne? Mehr Heilung, weniger Schaden einstecken zählt dann quasi als Kombination als großer CD schon. Okay, lassen wir uns nicht weiter aufhalten. Für die Halskette, die ich jetzt hier derzeit noch von Uldur Freya Hardmode habe, die Halskette aus PDOK ist bisher bei uns noch nicht getroppt, ist aber auch nur marginal besser. Jetzt bekommen wir aber eine, die wesentlich besser ist und zwar aus, von Motermine im 25er HC. Und da haben wir hier das Galle-verkrustete Medaillon. Die Halskette bietet einen Sockel, Verteidigung und Ausweichwertung. Wir verlieren ein bisschen die, äh, die Parierwertung von hier, haben aber wesentlich mehr Ausdauer und sogar Rüstung noch mit drauf. Und Rüstung ist sehr gut in ICC, weil ihr viel körperlichen Schaden auch einstecken werdet. Als Alternative könnt ihr auch die Halskette von Validria hernehmen. Solltet ihr Probleme mit der Trefferwertung haben, nehmt ihr einfach die Halskette. Wie gesagt, hier fehlt halt die Rüstung mit drauf, aber ihr könnt halt hier nochmal Trefferwertung mit einstecken. Okay, dann kommen wir zu den Schultern. Und ich hatte ja schon gesagt, wir nehmen den Vierer-Set-Bonus von den Tier-10-Teilen mit. Und da wir beim Kopf schon ein anderes Item haben, ist natürlich dann hier für uns der Tier-10-Kopf, äh, die Tier-10-Schultern die entscheidenden. Derzeit habe ich noch die Tier-9-Schultern drin, sogar noch nicht mal ein HC-Token bekommen. Und die Tier-10-Schultern sind hier natürlich wesentlich besser, auch wenn sie keine Trefferwertung mehr auf sich vereinigen. Solltet ihr die Tier-10-Schultern noch nicht haben, wäre eine Alternative im Luftschiff-Kampf sich diese Schultern zu holen. Die sind ein bisschen schwächer sogar, aufgrund, äh, das Sockel-Bonus, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, viel Unterschied macht's nicht. Ein paar weniger Stats sind drauf, aber als Upgrade wäre das ja ganz gut. Und ihr seht auch, Pawn zeigt das hier an. Ihr müsst hier, äh, bei Pawn ist das immer noch so, dass die Frost quasi der, der Blutbaum ist. Und, äh, da seht ihr 33% Verbesserung. So, dann haben wir den Rücken, also den Umhang, den findet ihr beim Rad der Blutbremsen. Umhang haben wir hier immer noch von Mimiron HC den Umhang an. Leider ist noch nicht der Tank-Umhang im PDOK in der Kiste getroppt. Der wäre noch mal ein ganzes Ticken besser. Aber, wenn der nicht droppt, nehmt ihr einfach den von dem Rad der Blutbremsen. Der hat noch mal Hit auch mit drauf. Ein Sockel, verbesserte Werte, also Best-in-Slot für euch. Gegebenenfalls könnt ihr bei den Frost-Emblemen, wenn man hier bei Sammlungen reingeht und dann Emblem of Frost, könnt ihr hier auch den für 50 Marken hernehmen. Der hat noch mal zusätzlich Rüstung drauf. Ihm fehlt halt die Trefferwertung und auch Verteidigung und Ausweichen sind schwächer als die vom, äh, vom Council. Aber als guter Anfang hier, äh, bevor ihr dann in HC das Council legt, könnt ihr auch diesen Umhang erst mal reinnehmen. Dann kommen wir zur Brust, zur Brustplatte. Da habe ich derzeit den von den Bestien von Nordend 25er HC an. Und wir nehmen natürlich unsere Tier 10 Brustplatte, ähm, um den Set-Bonus zu erhalten. Und diese hat hier sehr viel Rüstung drauf und Ausweichen und Parieren in großen Mengen. Dafür allerdings nur noch zwei Sockel. Ist trotzdem, äh, in der Kombination gesehen, ähm, die stärkste Wahl, wenn wir nämlich den Kopf als, ähm, Non-Set-Teil hernehmen. Immer laut, äh, den, den SIM-Statistiken. Was gibt es als Alternativen zur Brust? Ihr könntet von Modermine die Brustplatte hernehmen. Die hat dann auch wieder Trefferwertung, Dreisockel und, äh, Verteidigung Ausweichen drauf. Das wäre eine gute Möglichkeit, ähm, hier eine, äh, eine andere Brustplatte herzunehmen. Oder ihr geht wieder zu den, äh, Sammlungen und könnt nämlich für die Embleme des Frostes auch hier eine Brustplatte euch genehmigen. Falls euch nämlich Waffenkunde fehlen sollte, wäre das eine gute Alternative. Und diese hat hier auch noch mal extra viel Rüstung. Bedenkt, diese, äh, Frost-Embleme-Rüstungen hier sind, äh, in Anführungsstrichen nur, äh, normal Loot. 2,64er Item Level. Ähm, ähm, da fehlen dann diese 13 Item Level vom HC. Aber als Grundlage kann man die ganz gut nehmen. Kommen wir zu den Armschienen. Bei den Armschienen gibt es etwas weniger Auswahl. Nämlich habe, haben wir da nur beim ersten Boss, direkt die Möglichkeit, diese Handgelenke zu erhalten. Ähm, die sind direkt bis den Slot mit einem Sockel, alle drei Verteidigungswerte quasi drauf. Das wäre eine Verbesserung. Derzeit habe ich die von den Zwillingswalküren. Da ist halt noch Waffenkunde mit drauf. Ähm, die andere Alternative, sollte Marigord die nicht droppen wollen, wäre dann nur im Zehner. Und nämlich bei Sauerfang droppen auch noch mal Handgelenke mit, äh, einer verstärkten Rüstung. Ein bisschen Verteidigung und Ausweichwertung. Die kann man als Ersatz auch noch hernehmen. Dann haben wir die Handschuhe. Natürlich, Handschuhe sind erstmal wieder T-Set-Teile. Gucken wir uns die als erstes an. Haben wir hier vorzuweisen mit Verteidigungswertung und Trefferwertung und erhöhter Rüstung. Die, ähm, sind hier auch wieder zu bevorzugen, um den Vierer-Set-Bonus zu erhalten. Andere Möglichkeiten wäre beim Rad der Blutprinzen auf diese Handgelenke zu gehen. Die haben dann keine Trefferwertung mehr. Dafür alle drei Sekundär-Stats und zwei Sockel. Derzeit trage ich immer noch die aus Ulduar 25er Freya. Und ihr habt dann die Möglichkeit auch bei den Emblemen wieder auf Handschuhe zu gehen. Und auch die haben wieder erhöhte Rüstungswerte mit etwas Verteidigung und etwas Parrierwertung hier drauf. Das waren die Handschuhe. Kommen wir zum Gürtel. Also die Gürtelschnalle ist hier bei uns derzeit Fraktions-Champions 25er HC. Und wir werden bei dem Gürtel in Richtung Fauldarm gehen. Eisgrund, Zitadelle, Fauldarm. Der hat diese Teile hier. Verbesserte Werte auf allen Ebenen im Vergleich zur jetzigen. Alle drei Dev-Werte, zwei Sockel mit einer Gürtelschnalle, dann drei Sockel. Also das kann man sich mal gönnen. Als mögliche, ähm, Alternative wäre dann nur im 10er HC Validria Traumwandler noch möglich. Die hat auch noch Trefferwertung drauf. Ähm, sollte man hier eher die Möglichkeit bekommen, diese herzunehmen. Und man muss immer bedenken, 10er HC hat den gleichen Item Level wie 25er NHC. Und da sind meistens die 10er HC Items einen Ticken besser dann, weil das eben das Heroische ist, äh, wurden nochmal ein ganz klein bisschen Mehrwerte gemacht oder besser konfiguriert. Ihr könnt aber für den Gürtel auch wieder, das ist das letztmögliche Item, was ihr von Marken als Ausrüstung hier nehmen könnt, ähm, wäre dieser Gürtel mit erhöhter Rüstung und wieder Verteidigung, Parierwertung. Das ist auch noch möglich. Dann kommen wir zur Hose. Das wäre dann jetzt auch das letzte T-Item, was wir uns gönnen werden. Ähm, die Tier 10 Hosen seht ihr hier. Sehr viel Waffenkundewertung drauf. Die werdet ihr auch benötigen, dass ihr genügend Waffenkunde vorrätig habt, um eben nicht von den Bossen getroffen zu werden. Und, ähm, ansonsten sehr gute Verteidigungs- und Ausweichwerte mit zwei Sockeln. Die andere Möglichkeit für die Hose wäre ansonsten noch Lord Merogar im 25er. Da habt ihr hier noch eine mit Trefferwertung. Solltet ihr Probleme mit Hit haben, könntet die als Ausgleich nehmen. Kommen wir zu den Schuhen. Bei den Schuhen haben wir einmal, achso, meine derzeitige Hose ist hier von Lord Yaraxxus. Das ist auch die mit viel Waffenkunde. Bei den Schuhen bin ich hier auch bei Lord Yaraxxus derzeit bis Items. Und wir wollen da zur Validria Dreamwalker gehen und uns diese Schuhe holen. Die haben auch noch mal viel Waffenkunde drauf. Zwei Sockel sind sehr gute Stats, viel Ausdauer, viel Verteidigungs- und Ausweichwertung. Als Alternative wäre hier zu nennen 10er HC nur mit Sintragosa. Hier wäre noch mal Hit drauf, den man nutzen kann, sollte einem die Trefferwertung fehlen. Dann wird es jetzt etwas komplexer. Wir kommen zu den Ringen. Bei den Ringen sind derzeit bis einmal Anubarak 25er HC und einmal Torim 25er Hardmode. Die beiden habe ich auch. Und wir wollen jetzt als Ringe als erstes die Ruffraktion haben, weil die ist der bestmögliche Ring im Spiel. Das haben wir hier am Eschernden verdickt. Diese Fraktion wird dann mit ICC freigeschalten. Ihr bekommt abfreundlich hier den ersten Ring mit Verteidigung, Ausweichen und Trefferwertung. Und je nachdem, welche Rufstufe ihr habt, ähnlich wie bei Hyal damals, wird der Ring immer besser. Mit wohlwollend bessere Stats, mit respektvoll dann einen zusätzlichen Brock, dass eure Rüstung erhöht wird. Und mit R fürchte ich dann noch mal einen zusätzlichen Sockel. Und hier haben wir Verteidigung, Ausweichen, Trefferwertung. Also das ist der Bissring und der ist auch einfach zu erreichen, weil ihr sehr schnell auf R fürchte kommen werdet, wenn ihr hier wirklich aktiv ICC ratet. Der zweite Bissring wäre dann zu holen in ICC. Und den könnt ihr erhalten bei Validria Dreamwalker, 25 HC. Das wäre dieser Ring. Der hat nämlich wieder zusätzlich Rüstung drauf und Verteidigung und Ausweichwertung. Solltet ihr andere Ringe, andere Stats noch benötigen, gibt es auch noch einen guten Ring im Luftschiffkampf. Nämlich, äh, wo ist er? Ich den jetzt vorguckt. Ich hatte mir hier Luft, ach nein, nicht Luftschiffkampf. Lady Todeswisper. Genau. Ähm, und zwar dieser Ring, das Moorloch-Bands. Der ist nicht viel schlechter als der Ring von Validria. Also in verschiedenen Kämpfen kann man auch den benutzen. Hat nämlich höhere Stats drauf. Dafür halt keine Rüstung. Muss man sich dann mal ausmachen. Aber das sind so die Möglichkeiten, ähm, die man sich hier holen kann. Und sollte man bei den Bossen kein Glück haben, aber vielleicht beim Trash. Gibt es hier auch noch einen schönen Ring, der noch ein bisschen Trefferwertung mit drauf hat. Der droppt halt bei den Trash-Mobs. Ist dann auch, in Anführungsstrichen, erstmal nur Item Level 264, aber könnte als Alternative hier dienen. Kommen wir zu den Schmuckstücken. Derzeit bei den Schmuckstücken verwende ich drei verschiedene. Ich habe einmal noch das Eiserne Herz von, äh, Ignis. Dann habe ich, äh, gerade für Kämpfe, wo ich nicht so viel HP brauche, also Anubarak zum Beispiel, dass ich den nicht so hoch heile, nehme ich das Tringet von Onyxia mit, was noch ein bisschen Lebensregeneration hat. Ich habe aber auch den Skarabeos von, äh, den Fraktions-Champions, der mir hier nochmal zusätzlich Leben beschert. In ICC wird es dann so sein, dass wir mehrere Tringets nehmen sollten, je nach Situation. Eines der besten Tringets, was wir nehmen können, ist von Syndragosa. Das hat hier die höchstmögliche Ausdauer und gibt uns Widerstände gegen jegliche, ähm, Schadenszauber. Kann man sehr gut nutzen als CD gegen Drachenatems, gegen einen Lichtking, äh, gegen viele weitere Kämpfe, wo Magieschaden mit einer Rolle spielt. Dann haben wir im 10er Professor Seuchenmord das unidentifizierbare Organ. Das gibt nochmal einen Haufen Rüstung und wir haben eine Möglichkeit, wenn wir Schaden erleiden, Ausdauer hochzustacken, was bis zu 10 mal stapelbar ist und dann wird das Grasier oben gehalten. Also hat dann auch 270 Ausdauer, wenn wir die ganze Zeit Schaden bekommen. Ist auch ein sehr gutes Schmuckstück, sollte man sich auf jeden Fall holen. Zusätzlich gibt es dann im Luftschiffkampf noch ein Schmuckstück, das ist die Fährmünze der Toten. Hier wird auf Ausweichen gesetzt und nochmal auf Rüstung, wenn eure Gesundheit nach unten droppt. Das Stringet kann zum Beispiel bei Todesbringer Sauerfang ganz gut funktionieren, gerade bei Sachen, wo ihr, ähm, wenig Schaden bekommen sollt. Das heißt viel Ausweichen und viel Rüstung, da wäre das ein gutes Stringet. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Möglichkeit, über die Frost-Embleme euch diesen Schlüssel zu holen und der hat nochmal Ausdauer und einen aktiven, wo ihr Schaden absorbieren könnt für eine kurze Zeit. Das wären so die vier Trinkets, die es zu empfehlen gibt. Hier gibt es wirklich keine großartige Priorität, was man immer anzieht, sondern das ist von Boss zu Boss unterschiedlich. Äh, je nachdem, ob ihr viel magischen Schaden bei dem Boss bekommt, viel physischen Schaden oder, ähm, wie die Boss-Mechaniken eben sind. Kommen wir zur Waffe. Derzeit habe ich hier die Dezimierung von, äh, äh, von der Truhe, was als Best-in-Slot-Schwert angesehen wird. Und bei der Waffe gibt es natürlich verschiedene. Zuerst mal, wenn wir von den reinen Stuts ausgehen, wäre natürlich zu vermelden, mal sehen, ob man die hier überhaupt findet, aber eigentlich müsste sie ja drin sein, ne. Ähm, mal sehen, ob das in der Eisgrund-Zitadelle möglich ist. Schattenfrost-Splitter, genau. Also Schattenkram wäre natürlich, auch wenn das meistens eine offensive Waffe ist, aber, ähm, gerade für den Aggro-Aufbau, für erhöhte Stärke, ähm, eine sehr langsame Waffe, das heißt, da wieder Aggro-Aufbau, die Stärke bringt euch auch Parier-Wertung, ein bisschen AOE und so weiter, also die könnt ihr natürlich nutzen. Solltet natürlich aufpassen, den erstmal den wirklichen DDs zu geben, weil die können von dieser Waffe viel mehr profitieren. Schattenschneide dagegen ist nicht so die, äh, perfekte Waffe für euch, weil da fehlen einfach ein paar Stuts, die ihr gebrauchen könnt. Also Rüstungsdurchlag-Kritt ist jetzt nicht die bevorzugte Wahl. Deswegen, wenn ihr jetzt nicht auf Schattenkram geht, gehen wir einfach mal die Waffen durch, die in, je nachdem, was ihr für ein Gear und was ihr für Werte habt, unterschiedlich ausfallen könnt. Eine Möglichkeit wäre für den Anfang, euch die Zweihandachse von Merylguard zu holen. Die hat eine Trefferchance, euch nochmal zu heilen. Ansonsten bringt sie aber kaum Stuts mit sich, das heißt eher zweite Wahl. Kommen wir jetzt zu den Waffen, die wichtiger wären, wäre eine beim Rat der Blutprinzen, der Kruftmacher. Der bringt euch sehr viel Trefferwertung. Solltet ihr da noch Schwierigkeiten haben, nehmt ihr diese Waffe. Dann habt ihr die Möglichkeit, beim Lichtkönig noch Waffen abzuholen und nämlich hier Glorenzelk. Wenn ihr Probleme mit der Waffenkunde habt, dann diese Waffe hernehmen. Die hat nämlich eine Tonnenwerte von Waffenkunde noch mit drauf und halt auch mehr Ausdauer als Stärke. Und solltet ihr überhaupt keine Probleme mit Waffenkunde und Trefferwertung haben, dann könnt ihr euch natürlich auch noch die Stangenwaffe vom Lichtkönig zur Gemüte führen. Hier habt ihr wieder Beweglichkeit für mehr Ausdauer und Crit plus zusätzlich Angriffskraft und Rüstungsdurchschlag für eben mehr Aggro. Das heißt, diese Waffe wäre dann auch eine gute Möglichkeit für euch. Dann sind wir ja schon fast am Ende angekommen. Fehlt nur noch das Siegel. Derzeit habe ich das Siegel von den Triumphmarken mit der Chance auf 200 Ausweichwertung. Und natürlich gibt es in ICC kein Siegel für uns selbst, sondern das holen wir uns von den Frostemblemen. Und da haben wir das Siegel, Moment, hier, das Knochen greifen. Da wird unser Runenstoß 15 Sekunden lang uns Ausweichwertung geben. Die steckt bis zu 5 mal hoch. Im Normalfall habt ihr alle 15 Sekunden mindestens einen Runenstoß parat. Das heißt, ihr habt hier 220 und somit mehr als mit dem aktuellen. Das ist auch das einzige Siegel, was man hier verwenden kann. Ja, das waren die möglichen Items, die ihr euch aus ICC 25er als Biss-Items, teilweise aus dem 10er als Biss-Items und einige Alternativen vom Trash, von den Frostemblemen, die legendäre Waffe. Beziehungsweise, was hatten wir noch? Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Wir könnten noch mal kurz reinschauen, ob wir bei den Berufen noch was finden. Nämlich bei der Schmiedekunst, ob es da sinnvolle Sachen gibt, obwohl ich hier irgendwie keine Rezepte jetzt sehe. Hier, Trash-Mobs, Tier 10 und das sind die Erfolge. Moment, bei Prüfung des Kreuzes, da gab es nämlich noch Muster. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine Rezepte in ICC geben, also keine craftbaren Items, um hier euch zu verbessern. Dann sind es alle Items, die wir jetzt vorgestellt haben, die ihr euch raussuchen solltet und versucht dann das Gear so gut es geht zu optimieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns in Richtung ICC begeben werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.